Hey Freunde, kommen wir zu dem Baufortsetzungsauftrag Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Kondo Canyon, Conny Crossroad oder Command Cavern. In meinem Fall mache ich das Ganze hier jetzt in der Nähe von Kondo Canyon. Dazu begeben wir uns hier einfach zum Ortsschild. Hier vorne haben wir das Gerät. Laufen wir kurz einmal rüber und hören uns die Nachricht an. So, die Baupläne finden wir hier oben auf dem Luftschiff in der Nähe von Kondo Canyon. In meinem Fall habe ich sie hier so weiß leuchtend sehen. Ihr müsst euch eigentlich nur an die Minimap halten, denn dort sieht man grob, wo die liegen. So, wie gesagt, hier liegen mehrere rum. Hier draußen zum Beispiel liegt einer. Den lassen wir liegen. Gehen wir hier einfach runter. Dann haben wir hier hinter einen versteckt. Den sammeln wir nur kurz ein. So, dann haben wir hier direkt hinter uns. Hier in dem Kommandoraum haben wir auch noch einen. Kurz aufsammeln. Und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao! Ciao!